Plädoyer fürs männliche Glied Und wenn die aufgewühlte Fantasie einmal die Schande des Versagens erleiden ließ, was nur bei den ersten Umarmungen geschieht, da sie am heftigsten und hitzigsten sind und folglich auch der Furcht vorm Scheitern in weit höherem Maße unterliegen, denn versetzt das fehlgeschlagene Debüt in eine fieberhafte Angst vor solchem Missgeschick, die ihn auch bei künftigen Begegnungen nicht mehr loslässt. Verheiratete Männer sollten, da ihnen ja genügend Zeit zur Verfügung steht, sich niemals ans Werk begeben oder es gar übereilen, wenn sie dafür nicht gerüstet sind. Es ist besser, man läßt es gegen den Brauch in der Hochzeitsnacht sein, die Einweihung des Ehebäts in hitziger Aufregung zu erzwingen und wartet die eine oder andere ruhigere und weniger zeremonielle Gelegenheit ab, als daß man sich für immer unglücklich macht, weil man aus Verzweiflung über das erste Scheitern völlig gelähmt bleibt. Ehe der lustleidende Mann von der Gattin Besitz ergreift, sollte er in gewissen Abständen zur Selbstprüfung und als Angebot kleine Vorstöße unternehmen, bei denen er sich jedoch nicht darauf versteifen darf, er müsse jetzt schon die endgültige Bewährungsprobe bestehen. Hat einer sein Glied solcher Art als von Natur aus gehorsam erfahren, sei es künftig sein alleiniges Anliegen, den Streichen seiner Fantasie, einen Streich zu spielen. Doch man hat durchaus Recht, den häufigen Ungehorsam dieses Glieds zu rügen, das sich die Freiheit herausnimmt, gerade dann sich schamlos vorzudrängen, wenn wir keinerlei Gebrauch dafür haben, und ebenso schamlos zu erschlaffen, wenn wir es am nötigsten brauchen. So macht es herrisch unserem Willen die Herrschaft streitig und weist voller Trotz und Eigensinn all unsere mentalen und manuellen Beschwörungen ungerührt zurück. Falls es aber, wollte man es dieser Aufsässigkeit wegen Anklagen und daraus einen Schuldbeweis herleiten, mir ein Mandat zu seiner Verteidigung erteilte, würde ich mutmaßlich unsere anderen Glieder verdächtigen, als Konsorten diesen spiegelfechterischen Streit aus purem Neid auf die Annehmlichkeit und Wichtigkeit seiner Dienste vom Zaun gebrochen und sich verschworen zu haben, alle Welt gegen es aufzubringen, indem sie arglistig den ihnen gemeinsamen Fehler ihm allein zur Last legten. Ich bitte zu erwägen, so würde ich plädieren, ob es auch nur einen einzigen Teil des Körpers gibt, der seinen Dienst unserem Willen nicht ebenso häufig versagte, wie er gegen unseren Willen in Tätigkeit tritt. Jeder von ihnen hat seine eigenen Triebkräfte, von denen er wachgerüttelt oder in Schlaf gelullt wird, ohne dass man uns vorher um Erlaubnis fragte. Wie oft enthüllen doch die unwillkürlichen Zuckungen unseres Gesichts eben die Gedanken, die wir geheim halten wollten, sodass wir vor den Anwesenden bloßgestellt sind? Dieselbe Ursache, die dieses Glied in Bewegung setzt, hält von uns unbemerkt auch Lunge, Herz und Puls in Bewegung. Der Anblick eines anmutigen Wesens durchglüht uns ohne unser Zutun mit wahren Fieberschauern. Sind es etwa nur die Muskeln und Blutgefäße dieses Glieds, die unabhängig nicht allein von unserem Wollen, sondern auch von unseren Gedanken, anschwellen und erschlafen? Wir gebieten unseren Haaren nicht, sich zu sträuben, noch unserer Haut vor Begierde oder Furcht zu zittern. Die Hand fährt oft an eine Stelle, wo wir sie nicht hinbefahlen. Die Zunge erstarrt und die Stimme erstirbt, wann immer sie wollen. Selbst wenn wir nichts in der Pfanne, nichts in der Flasche haben, bringt unsere Ess- und Trinklust, so gern wir es ihr verwehren würden, die von ihr gesteuerten Körperteile in Wallung, nicht mehr und nicht minder als jene andere Lust, die ihr zugewiesenen. Und ganz genauso lässt sie uns nach eigenem Gutdünken zur Unzeit im Stich. Die der Entleerung der Eingeweide dienenden Organe erweitern und verengen sich selbstständig, ohne ja gegen unsere Weisung und das Gleiche gilt für die Nieren. Und wenn der heilige Augustinus zur Bekräftigung der Allmacht unseres Willens anführt, er sei jemandem begegnet, der seinem Hintern so viele Fürze abzufordern gewußt habe, wie er wollte, und sein Kommentator Wiewes dies durch das Beispiel eines Mannes noch überbietet, der zu seiner Zeit genau auf den Tonfall ihm vor deklamierter Verse abgestimmte Fürze habe herunterorgeln können, so ist damit keineswegs die völlige Beherrschbarkeit dieses Körperteils bewiesen, denn wo gebe es einen, der ihn gemeinhin an Taktlosigkeit und Radau-Macherei übertrefe? Ich selbst, das sei hinzugefügt, kenne einen Hintern, der derart turbulent und ungebärdig ist, daß er seinen Herren seit vierzig Jahren ohne Unterlass zu furzen zwingt, so daß er ihn auf diese Weise noch ins Grab bringen wird. Wollte Gott, daß ich nur aus anderer Leute Erzählungen wüßte, wie oft uns der Bauch durch einen einzigen verhaltenen Furz bis an die Schwelle eines äußerst qualvollen Todes zu führen vermag, und daß jener Kaiser, der den Menschen die Freiheit gab, überall einen streichen zu lassen, ihnen auch das Vermögen dazu gegeben hätte. Was nun aber unseren Willen betrifft, dessen verletzter Rechte wir uns mit dieser Beschwerdeführung annehmen, aus wie viel triftigerem Grund könnten wir ihn nicht selbst wegen seines Eigensinns und Ungehorsams der Rebellion bezichtigen? Will er denn immer, wie wir wollen, daß er wolle? Will er nicht vielmehr zu unserem offensichtlichen Nachteil oft gerade das, was zu wollen, wir ihm verbieten? Läßt er sich etwa williger von unseren Vernunftsschlüssen leiten? So würde ich zum Schluss für meinen Herrn Mandanten folgendes Plädoyer halten. Möge das Gericht in Betracht ziehen, daß man, obwohl seine Sache untrennbar und unentwirrbar mit der einer Komplizin verflochten sei, ausschließlich ihn anklage, indem man Argumente und Beschuldigungen vorbringe, die angesichts der Beschaffenheit der beiden die Komplizin in keiner Weise betreffen und belasteten. Zwar würde auch sie sich manchmal zur unrechten Zeit anbieten, heimlich und verschwiegen, verweigern aber nie. Fazit Die Böswilligkeit und das Unrecht der Kläger lägen klar auf der Hand. Wie dem auch sei, ungeachtet all des Gezängs der Advokaten und all der Urteilerei der Richter, wird die Natur ihren Gang weitergehen, deren gutes Recht es ohnehin gewesen wäre, dieses Glied mit einem besonderen Privileg auszustatten, da es Urheber des einzigen unsterblichen Werks der Sterblichen ist. Sokrates sieht in der Fortpflanzung gar eine göttliche Tat, und die Liebe ist für ihn Verlangen nach Unsterblichkeit, ja selbst schon unsterblicher Daimon. Die Unterricht der Kirche von Martin Luther